Ein Meter Eis trennt den VW Atheon vom kalten Wasser. Wir sind nahe der nordschwedischen Stadt Avesjawa. Das Testgelände ist ein zugefrorener See. Er dient der VW Driving Experience als Teststrecke. Mit Hilfe von zwei Millimeter langen Spikes in den Reifen erhält man hier auf dem eisigen Untergrund genug Traktion, um die allradgetriebene Oberklasse-Limousine präzise um die Kurven zu lenken oder auch zu driften. Die VW Driving Experience liefert unseren Gästen die emotionalste Form der Probefahrt. Das heißt, wir versuchen Dinge erlebbar zu machen, die ich im Rahmen einer normalen Probefahrt im Handel zum Beispiel so nicht erleben kann. Wie hier in Schweden zum Beispiel das Fahren auf unserem zugefrorenen See. Dort arbeiten wir an der Fahrperfektion, aber wir machen eben auch Probefahrtangebote auf Testgeländen, wo wir mit Gästen aktuelle Systeme erlebbar machen, wo wir am Thema Fahrsicherheit arbeiten. Jeder Gast, der zu uns kommt, hat am Ende des Tages immer was gelernt. Und das ist der große Vorteil des Programms. Im Vordergrund von allem stehen natürlich der Spaß und die Erfahrung, die man hier mitnimmt. Durch zahlreiche Übungen wie Slalomfahren oder den richtigen Bremspunkt zu finden, erhält man immer mehr Vertrauen in das Fahrzeug und sein Können. Den VW Ateon gibt es seit 2017. Nach dem Aus des VW Phaeton ist die Coupé-Limousine das neue Flaggschiff der Wolfsburger. Trotz seines biederen Aussehens steckt sehr viel Fahrdynamik im 280 PS starken Vierzylinder-Motor des Ateon. Er ist genau der Grund, dass wir den Ateon mal rausgeholt haben aus dieser einen Ecke, um mal zu zeigen, was für eine Fahrdynamik in ihm steckt. Ausgestattet mit seinem Allradantrieb und dem leistungsstarken 280 PS, jetzt 272 PS starken 2 Liter Turbomotor. Da ist einfach Traktion da, Ansprechverhalten da. Und man merkt hier einfach, wie das Auto super geschmeidig, super mitteilsam dem Fahrer echt Freude bereiten kann. Auch optisch zeigt sich der Ateon von seiner sportlichen Seite. Der breite bis in die Scheinwerfer reingezogene Kühlergrill vermittelt Dynamik und Sportlichkeit. Seine serienmäßigen LED-Scheinwerfer und Rückleuchten unterstreichen diese Eigenschaften. Besonderheit der Airline sind beispielsweise die sportlichen Stoßfänger und verkrumpen Endrohrblämmen. Untertitelung des ZDF, 2020